ja hallo ich bin der centex wookie einen wunderschönen guten abend und ich spiele immer noch metro redux ich befinde mich in dem level echoes und ich mache den erfolg maus das gibt 15 gametech punkte gibt es das dürfte bei leute die was sie nicht freigestalten haben ein geheimer erfolg sein glaube ich und ja man muss dieses level komplett durchschleichen also nicht durchschleichen man darf sich normal bewegen man darf nicht von den aliens sprich telepaten bemerkt werden sonst ist der erfolg kleiner weg weg wäre auch nicht man könnte das leben ja einfach wiederholen und nochmal machen und darf halt nicht bemerkt werden deswegen schleicht der kollege hier aufs herum das ist es eigentlich wenn du leben willst denn ich hoffe ich kann das video nachher überhaupt hochladen wenn hier die video sequenz drin ist meistens tut youtube da ein bisschen komisch rum aber wir probieren es einfach einfach aufpassen wenn die gegner kommen dass man nicht bemerkt wird oder schießt bei dem controller bei dem wund leider nicht immer so gut ist die tasten sind sehr empfindlich wenn man da man nicht aufpasst dann hast du schon geschossen und dann ist der erfolg auch schon vorbei also gut wir könnten hier einfach ein bisschen aufpassen was der kollege sagt dann geht es eigentlich schon ja was ist es schaut euch das video an dann der erfolg kommt zum schluss glaube ich ich wünsche euch noch viel spaß mit dem video würde mich über einen kommentar freuen und viel spaß noch der wuki für mich über einen kommentar dass ich mich über einen kommentarieren kann ich bin mich über ich bin ich bin ich bin ich bin Da ist die Kreuzung. Schnell dahin. Hey Kumpel, sieh zu, dass deine Lampe aufgeladen bleibt. Gib mir Deckung, achte auf die Seite. Langsam jetzt. Scheiße Hölle. Ich glaube mir wird schlecht. Geh vorsichtig. Es heißt, diese Tunnels beherbergen mehr als nur Mutanten. Ein guter Kommunist glaubt nicht an Seelenation. Aber dieser verdammte Ort lässt mich... Ja, zweifeln. Lass uns raus ans Licht gehen. Sieh mal in den Wartungsraum. 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 Bist du okay, Kumpel? Du bist hier voller Blut. Artyom, stopp! Runter, sofort! Teleporter, meine Güte, ein riesiges Rudel. Der Sturm treibt sich wohl an. Wir wollen uns beiden, Artyomich. Wenn wir uns sehen, können wir ein Stück gerissen. Puh, das riecht noch Ärger. Scheiße, das war knapp. Na gut, Artyom, nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Ich merg, Verag. throat Schnell! Schnell!